herzlich gekommen so eine neue live video ist neues update da ich aus sind da rein zu reingang aber hier ist ein komisches bell es liebt 3000 oder so ich würde sagen ich würde sagen wenn ich den stream beende dann nehme ich dieses neue live update auf denn schau ich streame gerade nicht welches video hochlade